Musik 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 Herzlich willkommen zu einem weiteren Tour aus diesem Kanal. Heute spielen wir wieder mit Pendelmagier und schauen einfach mal ob wir einen Gegner finden der nicht aufgibt. Musik 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 A um sich auszurüsten ja ist ok 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 dann Wachen schreiben Jo, dann sind wir jetzt. Dann scale scale. Pelle für eins, zwei, drei, zack, 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 dann bam bam, perfekt, kommt der Astrograph Extra-Lack, dann Effekt, nehmen wir den Purple Poison weg und den Astrograph auf die Hand, ja, gehen wir das A und dann Astrograph, holen wir uns dann mal den Purple Poison auf die Hand, dürfen noch eine ziehen, ja, machen wir auch, dann verbanden wir noch die Harmaleife, die jetzt irrelevant ist, dann bauen wir mal eben den Absolute-Welten, ähm, Set from Attitude-Welten, dann Effekt von Absolut-Welten zum Hübschen, hier in Zone, dann play, dann packen wir uns, dieation, hier in Scale, oh, normales haben wir uns noch da, das wäre, dann dann möglich den könnte man noch mal machen ich würde das und dann ist der Gegner auch schon dran dann ist einfach zu hoffen dass er jetzt kein B auf der Hand hat Dark World Delay is ok das ist für mich jetzt nicht so cool ja Dann L1. Dann Pendelbeschwerung für 1. 2. Harmonizing. Und den Chrono. Genau, Effekt. Der Stargazer ist jetzt relativ irrelevant. Dann noch mal Elektromite. Mit den beiden Elektromite-Effekt. Die Chrono Graf. Dann Effekt. Und den Chrono Graf. Blackfang Magician. Nee. Aber Chrono Graf bitte. Dann ins... Oh, ich sehe gerade was stehen in die Spiele. Okay, das erklärt einiges. Ähm... Ja, dann... Battleface. 2500. Okay, er hat irgendwas, was er benutzen kann. 12. 12. Agro... Nee. Eher nicht so. Danke. Dann 2. 5 Schaden. Dann nochmal 2. 5 Schaden. Dann nochmal 2. 2. 2. 2. 2. 3. Und... 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1.